Marco, es ist eine lange Woche auf die Skiweltkatze. Wie ist es für dich gegangen? Ja, es ist nicht alles ganz so super gegangen, wie ich gehofft habe. Aber es ist gleich eine coole drei Wochen in Nordamerika gewesen und ich konnte viel lernen. Was nimmst du mit dann wieder nach Europa? Ja, sehr viele Erfahrungen, vor allem im Speed-Bereich und heute Morgen gute erste Live. Was hoffst du denn jetzt in Europa? Ich meine, mehr in der Taktikerschein, Disziplin oder mehr in der Abfahrt und Super-Ski? Nein, schon der Riesenslalom hat Fokus und dort würde ich sicher auch jedem am Start sein. Und Super-Ski werden wir je nachdem auch mitnehmen. Marco, einen schönen Flug.